Ob da unten nicht gleich Trouble Trouble ist bei euch? Was hab ich? Ne, ob da unten bei dir nicht gleich Trouble Trouble ist. Trouble Trouble? Er ist jetzt gewartet. Sonder gegen anderen Fettsack. Hat jemand nachgeguckt, was die für'n Elo haben? Ne ne? Nö. Nö, nö. Leider, dass keiner geflasht ist. Oh, da ist Nina wieder da, wirst du? Eiskalt. Ich hab taunt als erstes dran. Vergehst du zuerst Red Buff? Ne, ich fang jetzt von Blue an. Wie stark ist das denn? Das fass vom Gragas, ey. Fast 1-0. Ich will ihn auf der Toplane vernichten. Du weißt, wenn ich abkack gegen den Gragas, musst du mich babysitten. Naja. Easy. Easy going. Scheiße, dass man die Minions nicht mehr topen kann. Wie lange hält eigentlich das Fass? Gragas gegen Gragas. Alter, der hat 50 AP. Was? Dankeschön. Heim, wer ist mit dem Krond? Trenge! Rengaa-Rengarius! Rengardius? Was ist los mit dem Krond? so wird es hier gleich die body place aufzupacken ja garren wohl garren doch garren garren gangen oben top ist nice text musst du da ja mein ich ja also für garren gank ich würde sagen er macht ja genug damage kannst auch mitte ganken ist auch gut für grager ist jetzt nicht so einfach zu ganken aber ich denke mal die sind mit top ganken kommen mit hoher wahrscheinlichkeit erst gegen countergank das habe ich immer weil dinge ist ziemlich überwächst der ewan wieder pro der wieder die pro place aus dem tons hat mich gesehen sehr gut sehr gut was los das ist eine grie die 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 grie damit ich glaube schon nicht dass wir machen kann vielleicht wenn ein bauchhammer triff stentiven vielleicht snacken jetzt wir wissen einfach mit acht kratzt чего und einfach live ihr zigen auf die lane er hätte mir ignite gegeben und den bauchhammer und dann wäre ich tot gewesen war die sinister jana und kate keine summoners bloß mal kurz dann könnte ja auch irgendwo sein kommst du weg das ist das starke an lee sinne der ist halt am anfang glaube ich gibt es irgendjemanden der stärker counter-junglen kann ich glaube nicht ne sind uns da echt schon weil er einfach und diesen grundschaden hat der so hoch ist jetzt macht er das auf jeden fall besser als ich ich tue das schwert auf den großen meinten die heilt sich dadurch indem er den schreckiert wahrscheinlich nicht ich bin auf die fresse anscheinend ah der hat ein bisschen mehr farmer als ich aber der hat auch keine magieresistenz der hat nur 5 magieresistenz also nur 5 plus ich scheint das nicht zu verstehen dass ich einfach nur das schwert benutze und einfach hier mich heile ok hat geflasht sehr gut wofür das denn voll sinnlos geflasht weil da wäre eh nur noch ein auto tech gekommen und meinen fast mehr wäre da nicht gekommen voll sinnlos erst mal bot ach scheiße sie hat mich gepusht ich habe auch nichts mehr aber er hat ulti und ignite oh da habe ich aber auch ganz bescheid gemacht ja ich kriege ihn kannst du leider nicht oh der durchsinn der damage alter dieser damage man was man wie viel damage der einfach macht oder richtig unnormal also da kriegst du echt lachkrampf wenn du das siehst jetzt mein werfen oder denk ich geb mir ein werfen aber da geht nicht ganz passt echt das ist halt das bitte an die sinne ja der ist aber auch nur im early game stark finde ich im late game kann der nichts mehr also wenn du den tanki spielst ich finde jetzt übrigens bot also wenn er wenn du den auf hydra spielst dann macht er schon ein bisschen damage auch noch im late game ist klar aber mehr kommt da trotzdem nicht was ihr gleich auf die fresse kriegen werdet also viel mehr kommt da eigentlich nicht und da ist aus hab ich noch nicht mal gesoffen hier voll und da ist aus wie sieht es mit blue aus krann ich bin auf dem weg alles klar und ich bau dings noch ich bau ages okay naja ich sowieso nicht ich mache ranger macht das nicht so viel Sinn ne und davon wie dein early game ist nah bis jetzt schlecht der macht das vermehrt weil die sinne halt ziemlich strong ist oh da war er knapp oben der hat viel los das ist ein snacken und ich bringe noch ein bisschen zurück ich habe mich gewusst habe ich gedacht dass das mit dem minister kriegt wahrscheinlich auch blut ich habe ulti parry wenn er kein problem ist naja ja alles klar wir können den von mir aus nochmal versuchen zu snacken hier in der mitte aber die kann nicht last hätten beschwert sich dass ich hier ein schwert auf die dings ich habe genauso viel fahren wie der gegnerische kranker so langsam geht es am anfang ein bisschen aber jetzt vielleicht noch mit versuchen mit ulti oder so ich weiß nicht warte ich komme rein jetzt leider hat aber raus holt ihr wirst du denn ich habe mich kann ja gut ich habe mein fast daneben gekloppt aber meine ulti hat gesessen ich habe ulti ich habe snacken oder snacken und was wir dann machen alleine gegen zwei und die waren danke danke ich wäre gestorben mann der ganz schön viel gemacht aber trotzdem war es gewesen zwei verdremmen nämlich zwei für einen wäre ok gewesen aber krass man wie viel damage der mir gemacht hat ja es ist bitter die sind es halt am anfang bitter aber dann kann man auch die fresse bekommen ja dafür ist renger im late halt one shot jeder jeder one shot einfach das finde ich sogar ein bisschen gefeadet wenn du den richtig gut kannst geht der noch mehr ab bist du einfach bist einfach mit dem triple q kapiert das nicht ey das ist so geil die kapiert das einfach nicht ich werfe einfach das q auf dem ding damit die sich heilt meinst du die attackiert den minion wer checkt ihr denn nicht let me heal that turret let me heal that turret what the f**k ist auch lustig gut job jetzt läuft der ganz gut jetzt läuft der ganz gut ah ich bin tot ah das war fail da hab ich gefehlt ich hätte meine ulti mit meiner ulti den locker killen können ich hab zwei meiner fast alle ah das spielst du einmal in deinem leben gragas also da kriegst du genau den selben fettsack auf die lane ey das ist das ärgerlich hier haben wir zwei wards mit ich glaub das ist ganz aber die vane hat doch denselben farm wie die caitlin sogar mehr ja liest du das unten dieser trick ich kann doch nicht auf dem weg richtung bot lane ach ne du hast halt das vielleicht da ich bin nicht da lass mir auch noch was übrig ich bin da klar craze raus craze raus komm her du kleiner stricher jetzt noch hier die kleine caitlin du bist ja auch noch drauf das ist wohl klar oder das müsste dir wohl klar werden dieser scheiß gragas was macht der denn für damage E? Nein, hab ich nicht ready. Ich flasht von und eventuell. Ist er da unten noch weg? Da unten noch weg. Da könnten die killen, wenn du runterkommst. Ja, ich komm runter. Ich komm über Tribus. Lash taunt? Warte, warte, warte. Ja, mach ruhig. Warte noch bis Kragas da ist. Mach Ulti. Jetzt, jetzt, jetzt. Damn Damages. Sehr gut. Weiter, weiter, weiter. Naja, wir können weiter, man muss bloß einer tanken. Ich kann das nicht tanken. Dann squish ich den Boss im Moment. Ich tank. Sehr gut. Easy. Sehr gut. Oh, jetzt kommt der andere Gasse, der andere Gasse. Ich hab taunt, ich hab taunt. Der will auch noch auf die Fresse. Oh, oh, oh. Damn. Damn Ulti. Ja, ihr könnt euch snacken. Glaub ich, oder? Ich hab Ulti. Die Vayne sollte. Na, die Vayne muss halt, darf halt nicht tanken. Oh Gott. Oh Gott. Ein Hit. Ein Hit. Ja, nicht zu greedy werden, Ivan. Oh, Ivan, kommst du raus? Der Slow ist zu unbalanced. Ah, der Slow ist zu dick. Ah, trotzdem nice action auf der Bot. Das heißt, auch immer, ey. Nice Fleisch von ihm. Das war scheiße. Ja, hat er nicht schlecht gemacht, ne? Ach, scheiße. Jetzt hab ich mir auch noch verkauft. Ah. Der Troll, Grangas. Mein Grail hätt ich schon. Kann man einfach gleich nochmal Bot. Dem hat alles geburnt, glaub ich, Bot. Ulti hab ich ja mal. Grangas hat auch keinen Flash mehr, ne? Oh, oh, oh. Er denkt wirklich, er denkt wirklich erst ins Hack, ne? Wollten wir einfach Blue machen, obwohl, naja. Wenn ist er. Muss auch sagen, das hält sich trotzdem mal. Ich mach kurz mal in Red und geh dann zum Blue. Naja, kein Stress. Dann... Kann ich... Jacksman, du kannst doch Sneaky machen, oder? Ja, ich bin auf dem Weg. Aber ich... Ja, geh hin, geh hin. Geh hin, geh weg. Werf ein Barrier einfach. Werf dein Ulti einfach. Naja, das war's. Na ja, zu spät. Oder? Naja. Er hat keinen Cooldown zum Glück. What is down? Hätte sofort Bauchhammer machen sollen und dann Ulti. Hm, genau. Hat wär sinnvoller gewesen. Wahrscheinlich. Kommst danach zum Blue? Na, ich mach'n Weg zum Blue. Was läuft auch so wies, ja. Ivan carried the lane. Lol. Ich hab'n übelstes Leck. Lol. Sauergang. Sauergang. Danke. Au, das Schild von dir hat den gerettet. War richtig hart gerettet. Der Assi. Ich hatte übelstes Leck, Alter. Hast du Ignite ab und Ulti? Ne, Ulti hast... Ulti hab' ich nicht ab. Hast du Ignite ab? Ignite auch nicht. Ne, ne. Oh, sonst hätten wir gar auf so'n Snacken können. Oh, die Sonne ist immer noch Bock. Ja, wir können versuchen. 15 Sekunden hab' ich Ult. Okay, der ist ja noch zurück. Gehen, ey. Das reicht, ja. Können wir erstmal seinen Red. Na, was? Wie konnte ich das fast denn nicht so gut auslösen? Ist das der? Yeah, yeah. You hate it. Ich komm' jetzt weg. Ich geh' jetzt rein. Ich geh' jetzt rein. Mit Ulti. Lol. 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 Best timing EU von seiner Ulti, Alter. War auch der Killed, der Snack ist weg. Ja, der Snack ist weg. Ja, der Snack ist weg, ja. Hätte leider kein Ignite, sonst hätt' ich geflasht und Bauchhörmann gemacht. Sind wir schon auch gleich mit da? Macht keinen Sinn hier zu bleiben. Fuck, Alter. Dieses Scheiß Kragas holt ihr eh. Ja, die war nicht schlecht. Ey, ich hab grad mega... Ich glaub' er wollte dich wegkicken, weil mich hat er gar nicht gesehen, glaube ich. Ey, ohne Witz, ich hatte grad mega den Delay. Normalen Pink, aber voll den krassen Delay. Merkwürdig. Wie Sinn ist hier? Alles Mitte? Hier so ein bisschen beim Dragon. Ich warte, hab'n Dragon gewartet, ne? Weiß. Oh Gott. Gaten ist auch Mitte, okay. Oh fuck. Komm mal von hinten. Oh fuck, bin tot. Der ist tot, oder? Katelyn? Sehr gut, sehr gut. Outplayed, sag' ich da nur. Outplayed. Ah, ich dachte, da wär' sinnvoll, den da reinzukloppen in den Tower. Ach der denn da, ey? Ist er all in, oder was? Ich hab' nicht. Bild von Cherna. Bild von Cherna. Bild von Cherna ist einfach nur. Er soll da jetzt ruhig irgendwann backhand. Ich mach' gar keinen damage mit seinem E. Null. Null. Mh, wir werden auch noch langsam einen Dragon zu postieren. Ah, der hat geflasht. Der hat geflasht. Ich hab' nicht mal mit dem E getroffen und der hat einfach geflasht. Der hat mit 5 Sekunden Ulti. Der hat bei 5 Sekunden Ulti. Er war am 60's load gewesen, ja. Ich hab' mit 5 Sekunden Ulti. Ja. Ich hab' mit 5 Sekunden Ulti geflasht. Ja, ich muss noch backhand. 2.000 Sigma Monat Gold. Ich bin immer ein bisschen. Ja, ist auch echt behindert zu ganken. Ja, gut. Die Veine scheint er uns abzugehen, ne. Aber ich finde auch Jenna und Caitlyn nicht so geil. Oh, der taunt! Der taunt, Ivan! Oh ne, er hat nicht wirklich ne Barrier. Oh, alles Summoners, alles Summoners hier. Oh, der hat einfach ge-, der hat einfach-, Alter, auch ne Ulti. Das er ne Barrier hat, hat Jax, und hat auch Jax ne Barrier. Hast du nur gekillt, ist doch egal. Ja, aber. Alter, wie die den Tower pingt. Einfach mal, einfach mal. Vor allem, der Lustige ist, dass die Vayne da bleibt, ne? Die Vayne ist da geblieben und hat sich vom Gragas wegsnacken lassen. Muss ja noch einen weiter pushen. Oh, der Blue ist grad gespawnt. Wird eigentlich gar nicht mehr in Blue. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ne, ne, der kommt nicht mit rein. Er will die einfach nur hier vertreiben, damit wir nicht den Blue machen von dem. Squishy ist, Squishy ist ja wie ein Boss, Alter. Der Ranger. Wie ein Boss. Wie ein Boss. Für den Kill ist das ein Stack auf diese Bone Tools? Jaja, das ist normal. Aber dafür verlierst du auch nur noch ein Stack, wenn du stirbst. Vorher war das ja so, du hast ein Drittel, glaub ich, verloren. Äthlend Blue ist da zuerst. Ja, ist doch gut. Gibt ja diesen komischen Bild da, Blutbürste und, äh. Laufs ist super. Dann machst du mit Q und Ulti ziemlich viel Damage. Der Garen in da, Alter. Soll mal lieber sich da ein bisschen zurückziehen. Gut, Alter. Ich weiß auch nicht, was er macht. Mach der da, Alter. Der Geisteskrank, ey? Ja, der macht aber nichts in Damage. Der fährt ein bisschen gefehlt. Der First Blood hat ihn, glaub ich, nicht bestimmt ... Oh Gott. Das sind viele. gott ah sorry my fault wenn man noch drängen machen irgendwann mal sollte man ja ob der steht schon da steht schon zehn jahre rum so gefühlt naja ich komme zum dragon hat ärgert mich ich habe flash gejutset und habe meine ulti daneben gekloppt so n kack den locker kriegen können lifesteal jetzt wo du dein Q drauf gemacht hast hau ich extra nicht mehr drauf willst du den Blue haben oder soll ich mir den jetzt auch noch nehmen ach so du hast einen ja aber der hälfte über die Hälfte abgelaufen ja dann gönn dir was soll ich mit dem Blue merci beaucoup das ist ein cooler Reduction mein gott die Vayne das ist ziemlich gelaufen Gareth macht auch um zwei gegen einen macht ihr denn ey wieso macht er denn so viel damage also ich habe sowieso das Gefühl die haben die nicht nur visuell haben die den auch irgendwie schadensmäßig gebesser gebufft ja eigentlich nicht glaube ich oder irgendwie sehe ich immer Garens voll abgehen aber der ist ja Standard Item Build ne Sunfire und Brutalizer hast du auch gut dann haben die nur AD ne brauchst du Ignorers paar älter die Caitlyn oh ich habe die Ulti ohhhh ich stehe den noch ah den kässt der Garen also einfach mega gefeated ich habe Ulti ich habe keine 6 Turden oh der stirbt nicht oh fuck ja bros he's out boah oh gott ich sterbe boah alter hätte mich der Q getroffen wäre ich grepiert ich dachte eigentlich wir können den Jax mal eben snacken da brauchen wir ein bisschen Lifesteal hier so oder ich werf den mal so oder muss ich back oh nice 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 load habe ich genug oh da wollte ich nur flashen um meine kills zu gehen aber nix können die nicht ach Necron du darfst keine kills boah alter ich hab grad gedacht der hat mich getroffen noch ein bisschen Angst vor dem Squishy ooooh 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 die haben aufgegeben ooooh 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 klar was die durch mich durch ist die Ulti die haben einfach mal auf ja die hat mich getroffen die Ulti ach so du warst drinnen oder was ja ich wohne die meine kischen ok naja ooooh